Was machst du mit Recycling? Ach, Herr Mondl, ich habe Sie gar nicht gesehen. Nicht? Haben Sie was dagegen? Dann ist das kein Problem. Du hast 8 Punkte gekriegt? In GK? Nein, in der Schichtanze. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe es nicht präzise. Aber du hast mir so vier Drähte wissen. Über wen? Ist gut, Hacker. Warum? Das ist jetzt das letzte, was ich gekriegt habe. Warum? Tod. Tod. War so schrecklich. Ich bin heute dran. Achso, dann weißt du es immer gar nicht. Was soll denn das? Macht ihr Spaß? Irgendwie schon, ja. Ich bin morgen dran. Ich bin nervös. Du bist nervös? Wieso? Weil... Was machst du denn dann noch mit deiner Kamera? Weil die einen 5. Bunden drauf. Erotikfilme auf? Ja, ja oder nein? Wir haben neulich was mit Daniel und so einem Hund gemacht. Aha, mit Hunden. Das hört sich ja exotisch an. Und bis das dann noch ein bisschen ausgeartet, ich meine, kaum noch ein bisschen was. Ja, also ich hinter der Kamera konnte mich natürlich auch kaum zurückhalten. Aha, das ist ja interessant, dass ich meinen Gast auch was zu erzählen hatte hier in meiner Sendung. Aber mehr auf dem Abi-Ball. Genau. War das jetzt ne Probe, oder? Ne, das weiß ich nicht. Improvisation, Mann! Mann! Ist jemand ganz spontan? Ich bin nicht spontan, also bitte. Du bist spontan da, also. Aha, aber bist du denn zum Beispiel spontan im Bett? Ich meine, so... Das würdest du ja wohl gerne wissen, oder? Nein, das ist auch nicht. Guck mal, die gehen schon. Ich bin auch schon fertig, aber ich sitze hier und unterstütze meine Freunde. Wahrscheinlich die Lächsten, die hier noch in der Schule sitzen, um halb fünf. Hast du um halb fünf Prüfungen, oder? Ja, ich hab eine Frage. Schau mal, ein Vogel. Schau mal, ist der nicht schön? Wäre der Lehrer oder der Strauß? Der Strauß. Nein, nein, nein. 1,9. Ja, tschau. Hey! Kannst du ruhig weiterhätseln. Was? Kannst du ruhig weiterhätseln. Ja, komm jetzt hin. Am Sonntag mit den Kameraden? Natürlich. Dann geht mal Original-Show von mir. Kotze! Tinker Kotze! Eine, Alter! Ich bin enttäuscht, wenn ich das Dutzend nicht vollmach am Sonntag. Dann sollen wir mal Film holen. Ja, mal für mich. Das ist sowieso. 0, 4, 8, 12, 13. Jetzt machen wir mal wieder raus. Gehen wir mal weiter. Ja, ja. Na? Ne.